Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2021. Heute mit einem neuen Tutorial Video auf meinem Kanal. Und zwar kümmern wir uns heute einmal um den Karrieremodus. Das soll wieder ein Beginner Basiswissen Tutorial sein. Wie starte ich eigentlich eine erfolgreiche Karriere? Was muss ich dafür alles wissen? Ich wette hier jetzt so die wichtigsten Dinge, die man für einen erfolgreichen Karrierestart benötigt, einmal durchgehen und auch entsprechende Zeitstempel im Video markieren. Das heißt, wenn ihr jetzt euch in bestimmten Bereichen schon auskennt und darüber eigentlich nichts Neues mehr erfahren müsst, dann könnt ihr das natürlich gerne skippen und zu den für euch interessanten Bereichen springen. Ich gehe gleich einmal durch, was wir heute behandeln werden. Für mich wichtig an der Stelle wäre, wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann unterstützt mich, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, mir gerne einen Kommentar hinterlasst und auch den Kanal abonniert. Wenn ihr zukünftig solche Videos sehen wollt, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren einmal schreiben, zu welchen Themen ihr gerne weitere Tutorials sehen wollt oder ob ihr jetzt hier konkret zu diesem Video Fragen habt, wenn ich auf gewisse Dinge nicht genug eingegangen bin oder irgendwas unklar gewesen ist. Schreibt es mir einfach gerne mal in den Kommentaren. Wie gesagt, werde ich alle Dinge einmal kurz im Groben anreißen. Damit das Video aber nicht zu lange wird, würde ich dann einzelne Tutorial-Videos nochmal auslagern. Genaue Saisonplanung, welcher Fahrer fährt welches Rennen. Das wisst ihr ja selber auch. Wenn man das akribisch macht, dann kann das stundenlang dauern. Das werde ich jetzt nicht en detail in diesem Video behandeln. Für sowas bietet sich vielleicht dann nochmal ein eigenes Tutorial-Video oder auch möglicherweise ein Livestream an, wenn euch das interessieren sollte. So, wir starten rein. Und zwar habe ich mir jetzt mal das Team Bora Hans Grohe hier rausgenommen, einfach exemplarisch und werde mal jetzt so die wichtigsten Dinge durchgehen. Und zwar fangen wir an, dass wir uns einmal erst einen Überblick verschaffen. Bora, was für einen Sponsor haben wir hier eigentlich? Welche Ziele sind gefordert? Also dieses Tutorial richtet sich jetzt wirklich auch an Leute, die noch nicht so wirklich Ahnung haben, haben vielleicht vorher irgendwie andere Spielmodi gezockt und denken sich, oh, auf den ersten Blick ist das Ganze recht komplex. Kannst du mir mal einen Einblick geben? So einen kleinen Crashkurs würde ich es mal nennen. Was muss ich eigentlich wissen? So, schaut mal hier in den Bereich Sponsoren. Bora Hans Grohe hat ein Budget von 605.000. Maximal ist da auch noch mehr drin in den nächsten Jahren. Die wichtigen Regionen sind Deutschland, Österreich und Italien. Das bedeutet zum einen, eure Ziele werden zum Teil auch daraufhin ausgerichtet sein, dass Rennen in diesen Ländern wichtig sind. Deutschland am wichtigsten, Italien von Dänen rein, am unwichtigsten. Aber alle drei Länder sind wichtiger als jetzt, was weiß ich, Polen oder Dänemark, Slowenien, was auch immer. Was halt nichts mit dem Sponsor zu tun hat. Dann gibt es hier eine Übersicht, was das Vertrauen, so den Ruf bei dem Sponsor anbelangt. Das ist eigentlich recht selbsterklärend. Je nachdem, wie gut ihr halt in der Season abschneidet, könnt ihr mehr oder weniger Geld im neuen Jahr bekommen, in der folgenden Saison. Und hier oben sieht man einmal so die Top Ziele mit Wichtigkeit. Das kann man aber hier in dem Reiter nochmal detaillierter sehen. Und hier würde ich euch einmal empfehlen, wenn ihr es wirklich gut machen wollt. Das habe ich jetzt für dieses Tutorial auch einmal gemacht. Das werde ich euch gleich zeigen, dass ihr euch am besten einmal die Ziele hier rausschreibt. Oder wenn ihr mit zwei Bildschirmen arbeitet, könnt ihr das auch, ja könnt ihr das auch irgendwie als Screenshot daneben legen, wie auch immer. Ich habe es jetzt hier einfach mal rausgeschrieben für die Saisonplanung gleich. Das werdet ihr dann sehen. Gut, dann schauen wir uns mal den Kader an. Das ist jetzt auch wieder darauf ausgerichtet, ich bin neu in PCM oder spiele vielleicht auch mal mit einem anderen Team, was ich jetzt nicht kenne. Boa ist sicherlich so im deutschsprachigen Raum auch sehr bekannt. Das heißt auch die gängigsten Fahrer. Ihr wisst wahrscheinlich, was Schachmann, Polit, Buchmann und Co. alle so können. Aber spielt zum Beispiel mal mit dem Team, weiß ich nicht, Alpecin Phoenix. Wer kann da eigentlich abgesehen von Mathieu van der Poel noch irgendwas? Dann würde ich euch einmal raten, ja werft mal einen Blick auf den Kader und macht euch da ein Bild. Und macht euch auch hier eine Liste, wenn ihr die Leute halt nicht auswendig könnt, was für Fahrertypen ihr habt. Vielleicht mal so die drei, vier wichtigsten Fahrer slash Kapitäne aus jedem Bereich. Das werde ich euch gleich auch noch einmal zeigen. Das habe ich in einem Dokument vorbereitet, zusammen mit den Sponsoren-Zielen. Es soll einfach darum gehen, dass man, ja wenn man das Team nicht komplett irgendwie verinnerlicht hat, einfach eine Gedankenstütze hat, um die Saison besser planen zu können. Das heißt, auf der einen Seite habt ihr Sponsoren-Ziele. Bei welchen Rennen muss ich wie gut abschneiden und wie stellt man das natürlich an? Indem man sich vorher Gedanken macht, welche Fahrer kommen dafür in Frage und kann die dann auf die verschiedenen Positionen eben einsetzen. Was hierfür halt hilfreich ist, wenn ihr auch das Team noch nicht kennt, ist. Man kann hier nach Durchschnitt anordnen. Habt ihr quasi von gut nach schlecht hier die Fahrer im Kader aufgereiht. Ansonsten wichtige Werte sind, wären natürlich Berg, dass man einfach mal danach sortiert. Seif, Zeitfahren, Sprint, Kopfsteinpflaster. So könnt ihr dann auch sehen, wer in den einzelnen Bereichen so eure Top-Fahrer sind. Dann geht es weiter mit dem Kalender. Wenn ihr da jetzt reinspringt, seht ihr hier sind haufenweise Rennen drin. Braucht man die eigentlich alle? Welche soll ich davon fahren? Welche nicht? Das ist natürlich komplett, sag ich mal individuell, was das anbelangt. Aber wichtig jetzt auch hier für das heutige Video ist, an der Stelle sei gesagt, macht am besten den Kalender auch schon fürs ganze Jahr am Anfang, damit ihr auch für die Fahrer Ziele festlegen könnt. Denn in dem Ziele, in der Zielübersicht könnt ihr auch nur Rennen hinzufügen, die auch in eurem Kalender drin sind. Das heißt, ähm, gut, Bora Hans Groh ist ein World Tour Team. Das heißt, das ist natürlich jetzt bei Zero Tour und Vuelta automatisch dabei. Aber sagen wir einfach mal, hier wäre jetzt standardmäßig im Kalender die Deutschlandtour nicht drin. Ihr wollt das aber fahren, habt es nicht im Kalender drin, dann könnt ihr es in den Zielen auch nicht euren deutschen Fahrern zuweisen. Deswegen ist es halt wichtig. Wo haben wir die Deutschlandtour? Da ist die Deutschlandtour. 26.8. bis zum 29.8. ist jetzt hier schon drin, aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre für meinen Geschmack auch noch mal ein separates Video auf jeden Fall wert, wenn ihr das sehen wollt. Welche Rennen ich mit so einem, ich sag mal, Standard World Tour Team oder gerne könnt ihr da auch vorschlagen, was für ein Team ich mal nehmen soll. Welche Rennen ich da fahren würde, dann kann ich das gerne einmal durchplanen und euch ja begründen, warum ich das jetzt so auswähle. Interessant ist natürlich immer für den Sponsor, wenn ihr in der Nation auch viel fahrt. Das macht aber das Spiel automatisch schon ziemlich gut, würde ich sagen. Beim Team Bora ist jetzt, sag ich mal, das Ding, in Deutschland gibt es nicht wirklich viele Rennen. Ein paar natürlich schon, aber ihr werdet das merken. Nehmt mal irgendwie ein spanisches Team oder ein französisches Team, dann seht ihr, ist es standardmäßig, sind hier die ganzen Mallorca Trophäos eingetragen. Ihr fahrt Valencia-Rundfahrt, Andalusien-Rundfahrt. Das ist schon alles automatisch eigentlich im Kalender drin. Das passt eigentlich alles recht gut. Man muss aber halt schauen, was habe ich für einen Kader? Wer soll was fahren? Wer braucht wie viel Vorbereitung? Um das gut zu machen, meiner Meinung nach, braucht man da schon ein bisschen Erfahrung. Aber erstmal ist das auch gar nicht verkehrt unbedingt, wenn man ja die Standardeinstellung verwendet. Musst du aber auf jeden Fall ein Auge drauf haben, ob da überhaupt auch alle wichtigen Rennen dabei sind. Denn an der Stelle sei vielleicht für Neulinge auch noch gesagt, es gibt ja Worldtour-Rennen, bei denen ihr zum Start verpflichtet seid. Also als Worldtour-Team, was Bora-Hans-Croo jetzt halt ist, aber so Kategorie B-Klassiker, sowas wie Kettle Evans, Great Ocean Road Race, da seht ihr auch hier, genau da kann man draufhalten auf die Kategorie. Hier Worldtour-Teams und Continental Pro können diesen Rennen teilnehmen. Also für, wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr einfach hier auch drüber hovern, mit so einem Mouse-Over. Dann könnt ihr da euch die Sachen nochmal genau nachlesen, was diese Kategorie bedeutet. Aber das bedeutet, ich könnte mich jetzt hier auch von abmelden. Das kann auch manchmal sein, dass das von Anfang an nicht eingetragen ist. Dann müsstet ihr da dann quasi nochmal den Haken setzen, wenn ihr das Rennen fahren wollt. Also nicht blind auf die Autoselektion hier verlassen. Davon würde ich auf jeden Fall abraten. Aber so als Basisgerüst für Einsteiger ist das jetzt gar nicht komplett verkehrt oder sowas. Wenn ihr da nochmal genaueres zu wissen wollt, dann mache ich da gerne nochmal ein Video zu. Ich werde jetzt hier erstmal alles mögliche drin lassen, weil es mir in diesem Video weniger um den Kalender geht. Ich finde andere Sachen, die man zum Spielstart erstmal wissen muss, sind wichtiger. Wir sind bei den World Tour Rennen jetzt hier dabei. Der Kalender sieht eigentlich ganz gut aus. Parallel laufen hier jetzt drei Touren zur Vorbereitung. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber ihr habt auch ein 27 Mann bis 30 Mann Kader. Ja, könnt ihr einfach alle Mann aufteilen. Da kann jeder ein paar Renntage sammeln. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und wichtig ist mir das jetzt, dass wir genügend Rennen im Kalender haben, um die Ziele gleich festzulegen. Das werden wir auch ein bisschen dann einmal machen. So, der nächste Punkt sind jetzt die Ziele. Hier oben gibt es jetzt einen neuen Punkt. Wenn ihr PCM 2022 oder alte Teile kanntet, dann sagt euch dieses Menü jetzt hier gar nichts. Das ist komplett neu. Hier gibt es einmal eine Übersicht. Da kann man dann gucken, wenn man einzelne Rennen ausgewählt hat. Wer ist denn da jetzt für eingetragen? Also wer hat das als Ziel in der Saison? Oder andersrum. Geht ihr auf Fahrer, zum Beispiel Pascal Ackermann und dann kann man hier Ziele festlegen. Nicht zu verwechseln sind aber Ziele und Planer. Was ich schade finde in PCM, vielleicht verbessern die das mal, schön wäre es auf jeden Fall. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Ziele und Planer. Und zwar Ziele bedeutet, diese Rennen sind jetzt als Saisonziel für Pascal Ackermann festgelegt. Das sind jetzt hier nur Autoselektierte. Wir gucken uns gleich mal an, im Detail bei Bora für die Season, wer was fahren soll. Das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht. Das werde ich gleich mit euch zusammen einmal machen. Terreno Adriatico hat er als Ziel. Das bedeutet, da soll er natürlich möglichst in Form sein. Und wenn es als Ziel ausgewählt ist, bekommt er auch eine plus 1 auf die zu erwartende Tagesform in dem Rennen. Deswegen ist das schon wichtig, auch Ziele natürlich zu setzen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Da kommen wir gleich zu. Aber es gibt noch einen Planer hier, wo man theoretisch, wenn man das möchte, für die ganze Saison hier per Drag and Drop, so zack zack, da kann ich euch einfach mal planen kann, wer an welchem Rennen teilnimmt. An sich, wenn ihr jetzt auch neu seid, könnt ihr sagen, ja das gehört doch zusammen. Kann das da nicht schon automatisch drin sein? Ja, das wäre schön, ist aber nicht der Fall in PCM. Das heißt, nur weil jetzt mit Rechtsklick kann man die Sachen wieder rausnehmen. Nur weil jetzt bei Zielen für Ackermann, Terreno Adriatico eingetragen ist. Wir sehen jetzt hier, Pascal Ackermann ist hier, Terreno Adriatico. Der hat hier jetzt so eine grüne Leiste, wegen dem Ziel, dass er da ein guter Fitness sein soll. Und danach ist es rot, dann wäre quasi eine Woche Pause. Ja, das ist da zwar drin, aber der ist jetzt nicht automatisch schon für das Rennen eingetragen. Also man hat in den meisten Rennen ja sieben Fahrer, die man da mitnimmt. Könntet ihr jetzt so per Drag and Drop hier das schon mal planen, für eure ganze Season, für die wichtigsten Rennen, damit ihr das auch auf dem Schirm habt oder damit die Rennfahrer auch schon für das Rennen selektiert sind. Das sind aber vom Spiel gesehen, sage ich mal, zwei völlig separate Bereiche, was natürlich nicht optimal ist in meinen Augen. Ich finde es auch schöner, wenn das verknüpft ist oder man das einfach wahlweise übertragen könnte. Das muss ja nicht zwangsmäßig so sein, wenn Leute das nicht wollen, aber es gibt halt keinerlei Optionen. Das wollte ich einmal sagen, damit ihr das wisst. Es gibt hier auch einen monatlichen automatischen Planungsassistenten. Für Neueinsteiger könnt ihr den sicherlich auch erstmal nehmen und gucken, ob euch das so gefällt, wie das geplant wird. Da wird dann immer monatlich vom Spiel aus geplant, wer an welchem Rennen teilnehmt. Ihr könnt natürlich dann trotzdem noch vor einem Rennen die Selektierung der Fahrer machen. Das heißt, ihr könnt das jetzt komplett übernehmen, die sieben, die dann davor selektiert wurden. Ihr könnt die alle wieder abwählen und das komplett neu machen für das heutige Rennen. Oder ihr könnt Teile davon übernehmen, das so als Hilfe benutzen, vielleicht manche Fahrer austauschen. Das müsst ihr selber mal sehen. Aber das ist wirklich auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Diese Saisonplanung, das kann ich jetzt unmöglich in einem Video einmal anreißen. Kann ich gerne, aber wann anders nochmal machen. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Ziele. Wie gesagt, dieses Menü solltet ihr euch anschauen. Hier ist jetzt manchmal auch komischerweise, verstehe ich auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz, teilweise noch was verbuggt. Ihr habt jetzt vom Spiel diese vier Ziele so voreingestellt und habt dann immer folgendes. Hier ist ja grüne Fitness und danach quasi meistens eine Woche Pause. Hier seht ihr auch die Erklärung Fitness Ziel. Ja, diesen hellgrünen Bereich heißt 100 Prozent und das rote Pause. Warum ist jetzt bei Todeswiss nichts? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt hier aber einfach reinklicken und auch noch ein bisschen davor mal machen. Einfach mit Linksklick kann man hier Sachen durchklicken und macht dann da wieder eine Pause rein. Da solltet ihr auf jeden Fall bei euren Top-Fahrern auch immer ein Auge drauf haben. So, jetzt kommen wir aber nun mal zu dem von mir angesprochenen Dokument, was ich hier vorbereitet habe. Einmal in Excel und zwar habe ich mir jetzt einfach so mal eine Liste gemacht. Zum einen könnt ihr oben sehen, habe ich einfach nur das Menü übertragen mit den Sponsoren-Zielen. Also die Übersicht wundert euch nicht. Bei Wichtigkeit, ja, habe ich halt quasi niedergeschrieben, drei Sterne. Inzwischen gibt es bei PCM 2021 so eine komische Skalierung. Das ist nicht mehr so irgendwie ein, zwei, drei Sterne oder es ist ein eineinhalb Sterne Ziel, sondern manchmal ist ein Stern auch nur so komisch gefüllt. Das seht ihr dann auch in der Ansicht. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Bei Paris-Roubaix ist quasi so ein 0,75 Stern zu drei Viertel gefüllt. Ist ein recht unwichtiges Ziel, nenne ich es jetzt mal im Vergleich zu anderen. Aber da seht ihr dann einmal die Wichtigkeit der Rennen. Generell habe ich es aber aufgebaut. Ihr seht es ja mit nach Datum, das heißt vom ersten bis zum letzten Ziel. Welches Rennen ist das? Welches Ziel müssen wir erreichen? Top 5, Top 3. Dann eben die Wichtigkeit. Dann, ja, Fahrer. Welche Fahrer wollen wir darauf ansetzen? Oder welchen Fahrer? Gibt es irgendwelche Sonderbemerkungen? Und dann habe ich noch mal reingeschrieben Profil? Das heißt, das könntet ihr euch auch als Hilfe nehmen. Wenn man jetzt sagt, oh, ich weiß gar nicht, was hat eigentlich die Reno Adriatico so für ein Profil an Zeitfahren. Ist das eher bergig oder hügelig? Denn zeitgleich hat man auch noch das Rennen Paris-Nizza. Das ist jetzt für unseren Sponsor nicht relevant. Ist aber auch ein World Tour Rennen, wo wir natürlich auch gut abschneiden wollen. Welcher Fahrer eignet sich eher für das eine und welcher für das andere Rennen? Ebenso bei den Grand Tours gibt es beim Giro dieses Jahr viele Zeitfahren. Ist es eher bergig? Wie sieht das bei der Tour und bei Vuelta aus? Oder gibt es ein Mannschaftszeitfahren? Muss ich darauf achten, dass ich noch, ja, als Helfer ein paar Leute mitnehme, die im Zeitfahren recht sind, damit mein Kapitän da besser abschneidet. Und ich nehme nicht nur, ja, kolumbianische Bergflöhe oder sowas mit. Solche Dinge könnte man sich da dann auch noch gut einmal vermerken. Und dann drunter habe ich mir dann kurz eine Liste gemacht mit Berg und DC, also Gesamtwertungsfahrer, Bruncheur, das heißt jemand für die Hügel-League-Klassiker beispielsweise, Sprinter und Kopfsteinpflaster für Kopfsteinpflaster-Klassiker wie Paris-Roubaix oder die Flandern-Rundfahrt. Da habe ich mir einfach mal so die wichtigsten drei, vier Fahrer aus dem Team rausgeschrieben anhand der Kaderübersicht und habe mir dann einfach nochmal, damit ich es auf dem Schirm habe, dazu geschrieben, wer dann quasi doppelt genannt wurde, so wie hier Patrick Konrad oder Peter Sagan oder sowas, weil es natürlich Fahrer gibt. Sagan ist gut im Sprint und auch gut bei Kopfsteinpflaster. Da muss man aber auch dann berücksichtigen, er kann jetzt nicht unbedingt immer alle Lachetappen fahren und alle Kopfsteinpflaster-Klassiker, aber er ist durchaus eine Option für beide Bereiche. So, wir werden jetzt hier einfach mal anhand dessen, was ich schon vorbereitet habe und was für Erfahrungen ich so gesammelt habe, festlegen, welcher Peterin oder welcher 1, 2, 3 Fahrer welches von unseren Zielen fahren sollen. Ich richte mich jetzt erstmal hier nur an den Saisonzielen aus. Es gibt natürlich noch zig andere Rennen, aber das wäre jetzt sage ich mal zu aufwendig, das alles zu planen. Das nochmal in einem separaten Video, gehen wir einfach mal der Reihe nach durch. Ja, Strade-Bianke, was ist das so für ein Spielwerk, würde dafür in Frage kommen. Das ist eigentlich was für Schachmann und Sagan. Tireno-Adriatico, wir müssen ja Top 3 erreichen, das ist hier schon eines der wichtigsten Ziele. Da würde ich mal sagen, unsere besten Optionen sind Keldermann und Kemner. Parallel ist wie gesagt auch noch Paris-Nizza, wir wollen jetzt hier aber, wir wollen die Ziele erreichen. Dann setze ich darauf jetzt an, Keldermann und Kemner sollen das beide fahren. Natürlich fahren auch noch andere Fahrer das Rennen, gar keine Frage, aber in der Übersicht geht es jetzt darum, welche Fahrer brauche ich, um das Ziel zu erreichen. Deswegen schreibe ich hier jetzt nicht, auf welcher Sprinter da mitkommt, weil Ackermann oder Sagan werden ja nicht die Top 3 von Tireno in der Gesamtwertung erreichen. So, Mailand Sanremo, Top 5, 4-Sterne-Ziel. 4-Sterne-Ziele sind die wichtigsten. Da haben wir drei Stück von in der Season, also ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Top 5, auch, ja, welche Fahrer kann man da gebrauchen? Schachmann und Sagan sind es meiner Meinung nach. Da würde ich aber auch noch diverse andere mitnehmen. Es ist immer schwierig zu sagen, kommt es jetzt zu einem Sprint, oder kann ich mich da schon am Proggio entscheidend lösen? Also da würde ich auch noch weitere Bergleute mitnehmen, am besten auch noch Keldermann und Kemner wieder. Aber Schachmann und Sagan mit einem guten Abfahr, Beschleunigung und Sprintwert sind für mich auf jeden Fall die beiden wichtigsten Leute für das beste Tagesergebnis. So, Paris-Roubaix ist ein Kopfsteinpflaster-Rennen. Das ist eigentlich recht klar, wen man da mitnimmt. Das heißt, hier hätten wir jetzt Polet, Sagan, ja, Burkhardt und so weiter. Eschborn-Frankfurt ist ein faches Rennen, hat zwar zwischendurch noch Anstiege wie den Feldberg in Deutschland, ist aber mit einem flachen Finale. Ja, das heißt, hier hätten wir dann auch Sagan oder Ackermann am Start. Giro d'Italia, Top 5, 4-Sterne-Ziel, sehr, sehr wichtig. Hier schauen wir uns doch jetzt nochmal das Profil an, habe ich noch nicht gemacht. Gibt es da ein Mannschaftszeitfahren, gibt es da viele Einzelzeitfahren oder nicht? Man kann das auch im Kalender erstmal hier mit dem I machen, um sich das grob anzuschauen. Und da sehen wir dann jetzt, ja, Anfang und Ende hat ein Zeitfahren, flaches Zeitfahren. Erst 8 Kilometer, dann 29. Und zählen wir mal durch, insgesamt 4, 7, 9 Bergetappen. Wie würden wir das jetzt einschätzen? Auch im Hinblick darauf, dass wir natürlich noch eine Tour de France haben. Kann man den Giro und die Tour de France gut auf Gesamtwertung fahren? Ich habe hier jetzt aber noch in der Liste drinstehen, Tour de France, haben wir nur Etappensieg als Ziel. Da habe ich hier übrigens nochmal einfach nur so aus persönlicher Sicht ein Fragezeichen dazu gemacht. Denn wäre ich jetzt persönlich oder im Spiel damit zufrieden, bei der Tour de France nur auf Etappensieg zu gehen? Oder wollen wir uns selber noch ein Ziel da machen? Weil, ja, wenn ihr auch in echt ein bisschen Radsport verfolgt, geht natürlich Bora mit Sagan immer aufs grüne Trikot bei der Tour de France. Auch in der Gesamtwertung will man da eigentlich gut aussehen. Ja, wenn man jetzt nur mal sagen würde, was sind die reinen Ziele? Etappensieg bei der Tour de France? Okay, dann können wir auch sagen beim Giro, wir nehmen Kellermann, Chemner und Buchmann mit. Rein, um die Ziele abzudecken, wäre das wahrscheinlich die beste Aufstellung. Wir haben die besten GC und besten Bergleute hier im Team, keine Frage. So, dann kommen wir zu den nationalen Meisterschaften. In Österreich, Italien und Deutschland, sowohl im Zeitfahren haben wir hier, als auch im Road Race, also in dem Straßenrennen. Und müssen da, ja, teilweise Erster werden, teilweise Top 5. Da sind natürlich dann verständlicherweise die Landsleute gefragt aus den Nationen. Das habe ich jetzt hier nicht nochmal separat aufgeführt. Das könntet ihr euch dann natürlich im Kader nochmal angucken. Wer sind eigentlich die besten, ja, Zeitfahrer aus den Ländern? Wir schauen hier mal rein. In Deutschland haben wir da ein paar mehr. Bachmann, Pulit, Chemner. In Österreich, Konrad Pösslberger, Großschadner. Italien, ja, Matteo Fabro, 69, Daniel Oss, 66. Da kann man aber fast am besten, ja, einfach die besten drei, vier Fahrer, wenn man es wirklich erreichen will, aus den Nationen einfach drauf ansetzen. Sagen wir mal in Österreich, Konrad Pösslberger. Die würde ich jetzt auch für das Straßenrennen hier mal einmal einplanen. In Italien sind es dann Alioti, Fabro und Oss. Die fahren auch das Straßenrennen. Und in Deutschland haben wir dann Bachmann, Pulit, ja, Lennart, Chemner. Dann sind wir auch schon fast durch. Und kommen dann zur Tour de France. Tour de France, Etappensieg. Kann man natürlich auf unterschiedlichste Arten und Weisen erreichen. Das spielt auch hier gar keine Rolle, was für eine Etappe das ist. Da sagen wir mal, da er jetzt noch nicht so oft zum Zug kam, Pascal Ackermann geht hier voll drauf auf die Sprintetappen und wird eine davon gewinnen. Der ist der Mann für das Ziel dort. Bei Classics Hamburg ist auch ein flacher Klassiker. Das macht auch Pascal Ackermann. Und dann Il Lombardia, die Lombardai-Rundfahrt. Das wäre am Ende der Season etwas für Keldermann, Chemner und Schachmann. Bemerkung und Profil habe ich jetzt hier nichts eingetragen. Habe euch aber gesagt, gerade bei Profil, was man da reinschreiben könnte. Bemerkung, falls ihr ansonsten noch irgendwelche Sachen habt, habe ich auf jeden Fall in meinen privaten Karrieren schon des öfteren Gebrauch von gemacht. Wenn ich mir noch irgendwie was dazu anmerken will, etc. Auch wenn ihr jetzt im Detail das plant mit, ja was weiß ich, Bemerkungen. Ihr wollt noch irgendwie mal einem Youngster aus dem Team eine Chance geben, dass ihr das nicht verpasst. Wir haben jetzt hier für Kopfsteinpflaster auch noch als vier. Idy Schelling. Idy Schelling, vielversprechendes Talent. Auch jetzt bei der Tour de France in echt die ersten Tage im Bergtrikot gefahren. Sagt einfach mal hier, Schelling mitnehmen. Nur mal so, just for fun, sagen wir, wir wollen Idy Schelling mitnehmen. Fertig. Das ist einfach mal exemplarisch, was man hier zum Beispiel machen könnte. So, nachdem wir jetzt hier festgelegt haben, welcher Fahrer auf unsere Sponsorenziele darauf angesetzt wird, wollen wir natürlich nochmal einmal jetzt durchgehen, dass wir Ziele festlegen für unsere wichtigsten Fahrer. Ich mache das jetzt einfach mal, damit es auch nicht zu lang wird, exemplarisch nur bei ein paar Leuten. Ihr könnt das nehmen, was hier steht und es editieren oder komplett über den Haufen werfen. Je nachdem, was hier natürlich auch ausgewählt ist. Aber bei Pascal Ackermann hatten wir jetzt gesagt, dass er Tour de France und Cyclassics fährt, zudem Ashbourne Frankfurt. Das sind jetzt eigentlich so die wichtigsten Sachen für Ackermann. Ich gehe jetzt einfach mal nur nach den Zielen für den Sponsor. Dass er natürlich auch noch andere Rennen fährt, ist klar, aber einfach nur mal exemplarisch. So, was habe ich gesagt? Wir fangen einfach mal an. Muss ja auch nicht nach der Reihenfolge sein. Tour de France. Die ist im Juni. So ist hier die Selektion. Ihr müsst den Monat auswählen und dann habt ihr hier die Rennen für Anfänger. Dann ist das jetzt auch nicht die beste Lösung, finde ich persönlich, weil wenn ihr nicht genau wisst, in welchem Monat das Rennen ist, dann sucht ihr euch hier vielleicht einen Wolf. Ist aber nun mal leider so in dem Spiel. Deswegen würde ich euch halt auch empfehlen, zumindest bei euren Sponsoren-Zielen, schreibt euch doch einfach in ein Excel-Sheet, wie ich das gemacht habe, das Datum daneben. Dann findet ihr das auch wieder. Kein Problem. So, Tour de France. Dann haben wir noch im August die Cyclassics und Aschborn-Frankfurt. Ich weiß das jetzt, das ist am 1. Mai, glaube ich. Ja, genau. So, zack. Und schon sind hier jetzt die Ziele festgelegt. Tireno ist hier jetzt irgendwie gerade noch so grau, weil das vorher da drin war. Aber so sehen jetzt erstmal die Ziele für Pascal Ackermann aus. Eigentlich auch so von der weiblichen Planung gar nicht mal so unrealistisch. Dann hat er dazwischen immer genügend Pause. Aber jetzt davor in der Season kann er natürlich auch noch was fahren und nicht erst am 1. Mai hier starten. Aber das nur einfach mal so dazu. Wen haben wir sonst noch hier als Leute? Sagen wir mal, wir nehmen jetzt noch Peter Sagan. Was ist bei ihm jetzt hier ausgewählt? Paris-Roubaix ist natürlich ein Rennen, was für ihn wichtig ist. Lüttich-Pastonje-Lüttich passt eigentlich gar nicht. Ja, Britannia Classic, Frankfurt und Grand Prix de Québec ist jetzt für uns erstmal nicht relevant. Wir gucken wieder drauf, was wollten wir eigentlich mit Sagan fahren, beziehungsweise welche Ziele ist er eingetragen. Da ist er natürlich bei sehr vielen eigentlich vorgesehen, weil Peter Sagan ziemlich vielseitig ist. Will man jetzt überall ein Ziel festlegen, sei mal dahingestellt. Und an der Stelle seht ihr dann vielleicht auch, ich habe jetzt ja nicht darauf geachtet, das ist auch nicht weiter schlimm. Vielleicht fällt einem das dann jetzt hier einfach mal auf, wenn man alle Rennen, wo wir Spansorenziele drauf haben, für Peter Sagan auch als persönliches Ziel festlegt, sind das nicht vielleicht ein bisschen viele Ziele? Weiß ich gerade auch noch nicht. Gucken wir mal. Wir legen einfach mal alles fest, wo ich hineingetragen hatte. So sieht das Ganze am Ende dann aus für Peter Sagan. Sind auf jeden Fall auch nicht zu viele Ziele. Tour de France habe ich jetzt exemplarisch mal noch mit reingenommen, weil es realistisch ist, dass der die beispielsweise fährt. Auch wenn das jetzt für unser Fonsorenziel nicht notwendig ist. Pascal Ackermann ist da schon dabei. Aber einfach nur so, wenn ihr jetzt reinschauen würdet, wie sehen so die Ziele für Sagan persönlich aus. So fertig. Ja, dann gucken wir uns nochmal Max Schachmann an. Mailand Sanremo, Flash Wallon, Lüttich, Bastogne Lüttich sind alles Rennen, die jetzt für den so in Frage kommen. Ja, die Europameisterschaft ist jetzt für uns nicht so relevant. Nombardei schon. Ich gucke mal, welche Lide wir bei dem noch oder wo wir ihn noch eingetragen hatten. Dann sieht das am Ende so aus. Die Liste ist schon ein bisschen länger. Das ist keine Frage. Wir gucken mal hier im Detail rein. Hier ist wieder vom Spiel aus nicht alles so hundertprozentig geworden. Hier haben wir jetzt nationale Meisterschaften. Die sind ja kurz vor der Tour de France. Eine recht lange Phase, wo er Form haben muss. Aber das ist jetzt auch nicht unrealistisch. Danach kann man dann ja auch mal sagen, der macht zwei Wochen Pause und hat ja auch erst hier nachher wieder so, zack, ein Ziel. Ja, das soweit zu den Zielen. Ich belasse es jetzt einfach mal bei den drei Fahrern exemplarisch, damit es nicht zu lang wird. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Vorsaison. Das ist im Prinzip, reguliert das, ja, Vorsaison außerhalb der Spielzeit, nenne ich es jetzt mal. Man startet ja immer am 1. Januar. Mit was für einer Fitness sollen die mehr oder weniger starten? Da habt ihr auch nur ein paar Tage für Zeit, um das auszuwählen. Das heißt, ja, das richtet sich in erster Linie daran, wann hat er sein erstes Ziel? Wann wollt ihr mit dem Rennen fahren? Ja, ich nehme hier jetzt exemplarisch wenige Fahrer mal raus. Pascal Ackermann hat erst in 17 Wochen sein Ziel, Eschborn Frankfurt. Der braucht nicht jetzt schon in zwei Wochen die höchste Fitness haben, wenn er erst in drei Monaten richtig fährt. So ist das gemeint. Auf der anderen Seite hättet ihr jetzt hier ein krasses Beispiel, Jordi Meos. Das ist einfach vom Spiel so eingestellt, aber das passt ja jetzt gut in unser Beispiel rein. Der fährt in zwei Wochen die Tour Down Under in Australien. Der muss natürlich auf sehr hoch, weil er direkt fit sein soll. Das stellt ihr hier in dem Spiel ein. Ich kann aber empfehlen, aus der Erfahrung heraus, dass ich meinen Standardwert immer auf hoch setze. Also auch mit Pascal Ackermann jetzt mal unter uns würde ich nicht erst Eschborn Frankfurt fahren. Er soll auch vorher schon mal was machen. Mein Standardwert persönlich, so habe ich die Erfahrung gemacht. Viele haben auch ein Ziel, Strade Bianca, Paris, Nizza, Tireno, Adriatico. Das ist so ungefähr in neun Wochen. Ich setze den Wert immer auf hoch. Das ist der Standardwert und Leute, die halt vorher fitter sein sollen, die bekommen dann entsprechend sehr hoch. So mache ich das immer. Dann kommen wir langsam zum Ende. Dann gibt es noch die Möglichkeit zum Trainingslager. Ihr könntet jetzt beispielsweise hier zur Vorbereitung ein Trainingslager machen, dass die Fitness der Fahrer besser wird. Das hilft auch nochmal. Dann könnt ihr hier einfach Auswahl umkehren, alle damit selektieren und ja, mindestens drei Tage. Das hilft jetzt nicht so, sage ich mal. Wir machen mal zehn Tage Trainingslager hier am Anfang von Januar. Zack, das steigert halt einfach die Fitness. Später, man kann hier auch Streckenerkundungstrainingslager machen. Hier sieht man zum Beispiel so das Logo vom Giro d'Italia. Ich reise das nur einmal ganz kurz an für Neueinsteiger. Hier könnt ihr dann Etappen sozusagen scouten. Hier könnt ihr euch die Etappendetails angucken, zum Beispiel Monte Zoncolan. Die Fahrer, die jetzt hier so eine Streckenerkundung fahren, so ein Trainingslager, die haben einfach wieder einen Bonus auf die Tagesform. Das ist wichtig, wenn man halt gut im Gesamtklassenmord zum Beispiel dort abschneiden will. Das verbessert einfach nochmal die Werte der Fahrer. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt. Personal, beispielsweise Trainer. Da haben wir von Anfang an das hier jetzt gerade bei Bora am Start. Teamärzte braucht man meiner Meinung nach eigentlich keine drei. Für mich persönlich hat das eigentlich keinerlei Bewandtnis, ob man irgendwie fünf hat oder was auch immer. Man kann die jetzt auch nicht irgendwie einem Verletzten zuweisen. Also ein Arzt reicht doch wohl. Ich komme auch mit einem Scout gut aus. Bei Trainern kann ich euch empfehlen, es gibt verschiedene Trainingsziele. Holt euch von jedem Trainingsziel einen. Denn die Fahrer haben verschiedene Trainingsstile. Bei vielen Fahrern, gerade am Anfang des Spiels, wird da noch ein Fragezeichen stehen, weil man den Trainingsstil noch nicht weiß. Oder bei denen hat sich noch keiner herauskristallisiert. Das wird aber mit der Zeit kommen. Da muss man also regelmäßig Änderungen vornehmen. Da kommen aber auch sonst Nachrichten, dass jemand mit seinem Trainer unzufrieden ist und so weiter. Wir nehmen hier jetzt einfach mal noch einen mit dem Trainingsstil modern mit dazu. Wir hatten jetzt hier Ruf International, also so Mittelklasse vom Geld her. Haben wir jetzt hier welche am Start. Und dann guckt man bei Kader unter Trainer. Und die Maximilian Schachmann hat ein Fragezeichen stehen. Hat hier aber den traditionellen Trainer zugewiesen. Da könnt ihr jetzt eigentlich, was die Fragezeichen anbelangt, nichts falsch oder richtig machen. Wichtig ist, man stellt jetzt hier ein, das wäre blöd bei Keldermann. Der hat Stil modern und einen traditionellen Trainer. Da sollte man dann auch einen modernen Trainer zuordnen. Bora hatte aber bis eben keinen. Den habe ich ja gerade erst eingestellt. Und dann, was trainiert man eigentlich bei dem Fahrer? Ich würde euch das so raten. Geht einfach auf den Fahrer drauf und Training. Guckt hier, Training, was wollt ihr mit demjenigen trainieren? Sagen wir mal, Marc Schachmann ist schon ein guter Puncheur. Ich will den mal als Climber, als Bergfahrer noch verbessern. Und ja, der bleibt erstmal bei dem traditionellen Trainer. Weil wir ja noch nicht wissen, welcher Trainingsstil sich besser für den eignet. Hier unten seht ihr dann, wie viele Fahrer gerade trainiert werden. Von dem Andreas Schmidt. Acht Stück. Und die Effektivität ist ausgezeichnet. Also so acht, neun, maximal zehn. Dann wird es irgendwann zu viel. Dann müsstet ihr einen weiteren Trainer haben. Also falls man mal ein Team hat, das ist ja auch ein bisschen Zufall, wo ihr 18 Fahrer habt, die den Trainingsstil traditionell haben, dann reicht natürlich ein Trainer für die nicht aus. Dann bräuchtet ihr zwei Trainer, die den Stil traditionell haben und könntet dann einfach jedem neun Fahrer zuordnen. Ganz einfach. Geht jetzt hier einfach mal weiter durch. Ide Schelling, Training, ja, steht auf Climber, finde ich eigentlich ganz passend. Und hier wieder gleiches Spiel, wissen noch nicht, was der so für einen Stil hat. Wir hatten ja eben mal Wilko Keldermann. Ich mache das jetzt exemplarisch hier mal. Wilko Keldermann, Berg 78, Zeitfahren 74. Wir wollen Etappenrennen bei ihm trainieren, das bedeutet Berg und Zeitfahren. Gut eingestellt, aber siehe modernen und traditionellen Trainer. Das passt natürlich nicht. Klicken wir hier mal durch. Bahnbereich ist auch falsch. Modern, er ist jetzt hier der erste Fahrer, der von Enrico Paolini trainiert wird und stellen das so ein. Das müsst ihr auf jeden Fall einmal für all eure Fahrer einstellen. Das ist ganz wichtig, damit die Werte der Fahrer natürlich passend, oder damit eure Fahrer passend trainiert werden und die Werte dann auch entsprechend gesteigert werden können. Ich meine, wenn man jemanden hat, der irgendwie 40 Jahre alt ist und seine Karriere bald beendet, wie Markus Burkhardt ist 37, da wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel passieren. Da könnt ihr das dann auch mal vernachlässigen, aber gerade bei den guten Fahrern und bei den jungen Fahrern macht das auf jeden Fall total Sinn, wenn ihr das gut einstellt, damit die sich auch möglichst gut entwickeln. So, das war jetzt mal ein sehr umfangreicher Einstieg, wie ich finde, für den Karrieremodus. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich habe jetzt die wichtigsten Themen aus meiner Sicht mal recht kurz, aber dennoch ausführlich genug angesprochen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Kommentiert fleißig, wie euch das gefallen hat. Habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge für zukünftige Tutorials? Habt ihr Fragen zu einzelnen Bereichen? Wollt ihr noch weitere Tutorials sehen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Mr. Loop Zock Pro Cycling Manager 2021. Macht's gut und bis dahin. Ciao.